Löwen-Fans aufgepasst! Die Blue Box ist zurück und hat vier Löwen-Legenden im Gepäck. Thomas Riedl mit seinem Kracher im Derby 1999 gegen Bayern erzielte er den 1 zu 0 Siegtreffer. Einer, der die alten Geschichten alle kennt, ist Harald Czerny. Unser Rekordspieler erlebte alles, von Champions League Quali bis Abstieg. Moderatorin Claudia Pichler empfängt unsere langjährige Nummer 1, Gabor Kiergay. Aber nicht, um über graue Jogginghosen zu reden. Mit Manfred Moneybender geht's um seine Kindheit in Giersing und warum er der Einzige ist, der für 60, Bayern und Haching spielen durfte. Das alles seht's in der Blue Box, präsentiert von Die Bayerische.